Verehrtes Präsidium, vielen Dank, dass wir hier zu Ihnen sprechen dürfen. Was Sie jetzt erwartet, ist kein wissenschaftlicher Vortrag, sondern klassischer Anwenderbericht. Und da werden Sie sich fragen, warum müssen die dafür zu dritt da oben stehen für 15 Minuten. Das ist ganz einfach, weil wir die drei Generationen vertreten. Da gibt es den kritischen, lang erfahrenen Zahnarzt, der der digitalen Abformung mit rechtsskeptisch gegenübersteht. Da gibt es den jungen Zahntechnikermeister mit einer Fachausbildung zur digitalen Fachkraft Zahntechnik, der mit dem Joystick geboren wurde und auf diese Technik wartet. Und da gibt es mich, den Jahrgang 49, der natürlich diesen ganzen Dingen sehr kritisch gegenübersteht, so nach dem Motto, dafür bin ich wahrscheinlich viel zu alt. Habt ihr die Präsentation gestern Abend nochmal durchgeguckt? Nein. Okay. Da müssen wir sie jetzt durchschauen. Da müssen wir sie jetzt natürlich durchdiskutieren. Es ist im Grunde genommen ja so, Urs, woher die Daten kommen, ist uns ja eigentlich egal, oder? Ja, genau. Also bei uns im Labor spielt es eigentlich keine Rolle, ob wir die Modelle digital aus der Praxis bekommen oder ob wir sie selber digital einscannen. Für uns ist der Datensatz entscheidend und wo der herkommt, spielt eigentlich keine Rolle. Ja, das ist bei uns im Labor im Prinzip ganz genauso. Natürlich haben wir vor vielen Jahren die digitale Technik mit eingeführt, aber für dich in der Praxis natürlich schon noch fremd. Die direkte Einspeisung ist ganz fremd. Wir haben viele, viele Jahre Erfahrung mit den CAD-CAM-Systemen, aber alles auf labortechnischer Seite. Ich habe mich darum nicht gekümmert. Ich habe konventionell abgeformt, wie seit dreieinhalb Jahrzehnten und war natürlich mit den Ergebnissen, die zurückgekommen sind, außerordentlich zufrieden. Und die spannende Frage war eben auch im hohen Alter, wir haben es gestern ja gehört, auch über den Generationenvertrag, im hohen Alter eben nochmal das zu starten für die letzten fünf bis sechs Jahre. Und mich hat das fasziniert, eben zu schauen, wenn man unvoreingenommen an diese moderne intraorale Technik eben rangeht. Wir kennen ja noch die alte Aitero-Technik eben, die wir damals probiert haben, die viel zu groß ist.